Hallo Karin, viele Grüße aus dem Make-up, Elbepark, Elbepark. Mir fehlt jetzt nur noch der Stummelschnäuzer vorne. Ich muss die Haare nicht mehr nehmen. Er ist der Meinung, er hat eine Adolf-Frisur, aber ich finde, er sieht super aus wie ihn. Er sieht super aus. Okay, wir können dir noch Bilder schicken nachher.